Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cardlife. Heute möchte ich ein bisschen an der Basis weiterbauen, denn seien wir mal ehrlich, schön ist das ja nicht gerade, was ich hier aktuell zusammengeschustert habe und ja, von daher will ich das heute mal ändern. Die Spitzjacke habe ich sowieso gleich dabei, von daher können wir hier gleich mal das Material abtragen. Damit das da alles, ja, ein bisschen schöner ausschaut. Und auch ein bisschen gemütlicher wird, weil wie gesagt, aktuell ist das alles andere als hübsch. So, das noch wegbuddeln, das können wir auch noch wegbuddeln, den Stein hier oben ebenfalls. Lieber gleich ein bisschen mehr wegbuddeln als zu wenig, weil ich muss ja dann sowieso hier noch die Wände platzieren. Wahrscheinlich muss ich dann sowieso auch die Schmelze abreißen und die Schmiede. Aber gut, sei es drum. Wenn es dann auch schön ausschaut, ist es mir das wert. Und allzu teuer war ja zum Glück die Schmiede, beziehungsweise die Schmelze auch nicht, von daher alles halb so wild. Gut, so, das hier noch wegbuddeln. Und natürlich auch noch das ganze Gestein hier. Das muss auch noch weg. Okay. So, hier noch wegbuddeln. Hier ebenfalls, hier oben noch. Und dann, glaube ich, haben wir so ziemlich alles weggebuddelt. Noch eben hier die Steine mitnehmen. Da komme ich gar nicht ganz ran. Gehen wir noch mal kurz rauf. So, sehr schön. Alles eingesammelt. Okay. Oder auch nicht. Aber jetzt habe ich alles eingesammelt. So, das gehört noch weg. Und das hier drüben ebenfalls. Gut. Na dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir hier die Wände dann entsprechend gleich mal platzieren. Ich probiere es jetzt nochmal, ob es hier hinter der Schmelze funktioniert. Und sofern es wieder nicht funktionieren sollte, wovon ich leider ausgehe, muss ich die Schmelze abreißen. Hilft leider alles nichts. So, die halben Wände brauche ich sowieso. Dann eine neue Spitzhacke. Gut, brauche ich eigentlich aktuell nicht. Ich könnte höchstens das Gestein gleich einräumen. Damit es nicht ganz so schlimm und wüst in meinem Inventar ausschaut. Und ja, natürlich brauchen wir auch Holz. Damit wir da noch entsprechend Wände bauen können. So, dann wollen wir doch mal. Die Wände haben wir hier. Nämlich, hier sind sie. Stellen wir mal fünf Stück her. Dürfte für den Anfang reichen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier noch eine Wand hinstellen können. Wie gesagt, ich glaube, dass es nicht funktioniert. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber sie stirbt, so wie es ausschaut. Gut. Geht nicht. Leider. Obwohl. Jetzt geht es sogar. Hey, cool. Das funktioniert. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sehr schön. Dann müssen wir die Schmelze hier gar nicht abreißen. Ja, perfekt. War anscheinend wirklich nur das Gestein im Weg. So, wie schaut es denn jetzt hier bei der Schmiede aus? Ich glaube, da ging es doch auch gerade. Gerade ging es eben. Oder auch nicht. Nee, das ist immer rot. Es sei denn, ich muss hier vielleicht auch noch ein bisschen was wegbuddeln. Das machen wir jetzt einfach mal. Weil bevor ich jetzt die Schmiede hier einfach abreiße, buddle ich lieber noch ein bisschen. So, gut. Ich denke, das müsste reichen. Nur eben wieder die Materialien einsammeln. Sehr gut. Ja, und dann probieren wir es nochmal mit der Wand. Ne, scheint nicht zu funktionieren. Da ist dann doch wirklich die Schmiede im Weg. So wie es scheint, weil oben ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Was irgendwie den Bau behindern würde. Oder ist da noch ein Stein? Fundamente oder generell irgendein Gestein dort oben im Weg? Ja, kann ich jetzt schlecht sehen. Gut, wir können ja das hier auch noch wegbuddeln. Sicher ist sicher. Weil weg muss das Gestein und die Erde hier sowieso. So, ein letzter verzweifelter Versuch. Und ja, es funktioniert nicht. Gut, dann muss die Schmiede hier weichen. Gut, hier drin habe ich nichts mehr. Das heißt, ich kann sie eigentlich ohne größere Probleme abreißen. Und das geht, glaube ich, indem ich hier einfach drauf eindresche, oder? Oder auch nicht. Irgendwie ging das. Ich weiß jetzt blöderweise nur nicht wie. Vielleicht, wenn ich die Fäuste ausrüste? Zum Verwenden? Nee, nee, will ich nicht drücken. E will ich nicht drücken, weil E bringt mir nichts. Ich will hier eigentlich die Schmiede abreißen. Wie ging das jetzt noch gleich? Gibt es ein direktes Zerstörungsfeld? Nee, gibt es nicht. Und so einen direkten Abrisshammer gibt es ja auch nicht. Ich hätte schwören können, dass das einfach gegangen wäre, wenn ich jetzt hier, ja, drauf eindreschen würde. Aber ihr seht es selbst, es tut sich nichts. Überhaupt gar nichts. Wie sind das bei der Wand? Oder tut sich auch nichts? Nee, überhaupt gar nichts. Mit dem Schwert vielleicht? Auch nicht. Okay, also, ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ein bisschen sehr doof. Ich hätte echt schwören können, dass das hier mittlerweile gehen würde. Aber, nur gut. Ja, anscheinend mache ich es nicht richtig. Dann machen wir es einfach anders. Dann lassen wir die Stelle hier vorne einfach zwischenzeitlich aus. Und bauen hier hinten weiter. Und da drüben gibt es noch Gestein, wenn das ich noch mitnehmen kann. Sehr schön. So, ja, dann muss ich auf alle Fälle hier noch alles wegbuddeln. Damit wir da auch entsprechend die Wände hinsetzen können. Mit so einem Bohrer würde es jetzt schon schöner und schneller gehen. Das Ganze aber habe ich ja leider noch nicht. Aber das kommt sicherlich auch noch früher oder später. Ui, da ist direkt eine Höhle anscheinend, oder? Da war doch gerade irgendwas. Hier unten. Ich hätte schwören können, dass ich da was gesehen habe. Okay, gut. Ja, dann anscheinend nicht. Vielleicht habe ich mich auch nur getäuscht. Habe ich hier noch ein Fundament? Ja, tatsächlich. Zwei Stück sogar. Sehr gut. Dann kommen die gleich mal hier hin. Und dann können wir gleich mal eins hier hinsetzen. Gerade ging es. Okay. Sehr schön. Und ja, größer glaube ich, muss ich es jetzt nicht machen, oder? Das reicht, glaube ich, von der Größe. Weil so wahnsinnig viele Sachen gibt es hier noch nicht zu platzieren. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so. Im schlimmsten Fall kann ich es ja immer noch erweitern, das Ganze. Ich wollte mir ja sowieso einen Keller anlegen. Das machen wir dann vielleicht hier drüben irgendwie. Aber jetzt erstmal hier die Mauer hinten zumachen, das ist mir das Wichtigste. Damit es da mal erledigt ist. Gut, okay. So. Dann wollen wir doch mal. Wir brauchen hier noch eine Wand. Sehr gut. Dann brauchen wir hier oben noch eine halbe Wand. Aber die habe ich ja sowieso im Inventar dabei. Die kommt gleich mal hier hin. Okay. So, und dann können wir eigentlich gleich hier weitermachen. Beziehungsweise da könnte ich eigentlich einen Türrahmen reinsetzen für unseren Minenschacht, den ich mir dann noch anlegen möchte. Oder ich versetze das Bett. Dass wir den Minenschacht vielleicht dann in die Mitte setzen. Schaut, glaube ich, fast ein bisschen schöner aus. Dann machen wir es mal so. Dann kommt hier eine Wand hin. Da kommt dann aktuell keine Wand hin, weil, ja, das Bett müsste ich sowieso auch wieder abreißen. Und bei den Kisten ist es das Gleiche, oder? Ja. Menno. Das stört mich jetzt, dass ich nicht weiß, wie ich hier das Zeug abreißen kann. Weil es bremst mich natürlich auch wieder hier aus. Aber gut. Setzen wir hier oben mal die halbe Wand. Okay, die zieht sich jetzt nicht nah ran, oder? An das Ganze. Ah doch. Jetzt geht's. Dann machen wir es einfach in der Zwischenzeit so, dass wir hier nur die halben Wände platzieren. Na, gar nicht so leicht. Hier drüben vielleicht. Geht's da? Auch nicht. Aber wahrscheinlich ist da wieder das Gestein im Weg. Wunder wäre es auf alle Fälle keins. So, probieren wir es nochmal. Äh, halt falsch. Ich brauche eine halbe Wand. Sonst wird's zu groß, das Ganze. Aber ist schon krass, wie viel Material man hier abtragen muss. Damit man da überhaupt mal was bauen kann. So, einmal. Zweimal. Und. Dreimal. Ja. Will jetzt gerade irgendwie nicht. Gut. Dann. Das hier noch wegbuddeln. Und dann müsste es eigentlich gehen. Die Betonung liegt ja auf eigentlich. Ah ja. Sehr schön. Hat funktioniert. So, das steht hier ein bisschen über. Aber gut. Ich glaube, das ist jetzt halb so wild, weil da hinten sieht man es ja sowieso nicht. Okay. Schön, schön. So, das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich hier vorne dann ja auch noch solche schrägen Decken-Elemente brauche und dann ist sowieso unser Steinmännchen im Weg hier oben. Aber gut. So, not baue ich mir auch noch ein neues Steinmännchen. Daran soll sie jetzt wirklich nicht scheitern. Weil Steine habe ich nach der heutigen Aktion genügend. Ziemme schön weiter buddeln, nur nicht müde werden. So, da ist noch Gestein über mir. Okay. Gut. Das gehört natürlich auch noch weg, damit dann nichts mehr im Weg ist. Und wenn das so weitergeht, brauche ich sowieso eine neue Spitzhacke. So, jetzt glaube ich, müsste ich doch alles soweit weggebuddelt haben. Okay. Schaut gut aus. Auf den ersten Blick. Na dann brauchen wir jetzt, wie gesagt, noch solche Wände hier. Und herstellen kann ich mir die aktuell nicht, weil ich glaube ich kein Holz mehr habe, oder? Ah doch, ich hätte sogar achtmal Eichenholz. Und da habe ich auch noch Rotholz. Gut, dann bauen wir doch da gleich mal diese Wände. Besser gesagt, diese Decken. Und zwar brauche ich die geneigte Holzdecke. Und die brauche ich zweimal. Und dann passt es hoffentlich auch von der Farbe. Du bist extrem hungrig. Ui. Ui, 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 ui. Das muss ich gleich mal ändern. Habe ich noch irgendwas zu beißen? Hier habe ich nichts. Okay, das ist schlecht. Da habe ich auch nichts. Okay, das ist auch nicht gerade gut. Hier drüben. Nee. Wieder nichts. Oh man, oh man. Ähm, okay. Habe ich noch was im Inventar? Ich hoffe, ja. Ah, okay. Noch zwei Honigbeeren. Puh. Aber, ja. Das reicht natürlich auch nicht für lange Zeit. Da muss ich gleich mal Nachschub besorgen. Hilft alles nix. Die Sichel. Habe ich hier. Gut. Na dann. Gleich mal was zu beißen besorgen. Da unten sind ein paar Imps. Die könnten wir gleich mal kalt machen. Gut. Einer tot. Nummer zwei. Noch nicht tot. Aber gleich normalerweise. Gut. Jetzt. Nummer drei ist auch Geschichte. Da gibt es aber nur ranziges Fleisch. Na, ist jetzt nicht so toll. Nicht ganz das, was ich suche und brauche. Nehmen wir lieber hier die Sternbeeren mit. Alles schön einsammeln. Und ich glaube, ja. Ich werde wieder verfolgt. Von einem roten Imp. Ein Elite-Kobold. Der wusste aber nicht, was los ist. Umso besser. Nur leider hat er auch keine Seele fallen gelassen. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Aber gut. Dann halt nicht. So. Sehr gut. Wieder ein bisschen gesättigt. Sodass wir gestärkt ans Werk gehen können. Hier oben bin ich stehen geblieben. Da brauchen wir jetzt die Decke. Und zwar hier. Dann brauchen wir hier auch noch ein Element. Und dann brauche ich sogar noch zwei weitere. Aber gut. Aber gut. Das sollte. Das sollte funktionieren. Einmal. Zweimal. So nicht. So auch nicht. Halt falsch. Falsch. Einmal so. Und einmal. Nee. Na. Schon wieder das Gestein im Weg. Jetzt vielleicht. Nee. Noch nicht ganz. Da ist auch immer noch ein bisschen mehr Platz. So. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Sehr gut. Puh. Die Decke ist somit fertig. Okay. Das da hinten ist eine rote Wand. Warum auch immer. Ich habe doch eigentlich direkt an die braune Wand hier dran gebaut. Ich verstehe das irgendwie nicht. Mit diesen roten und braunen Wänden. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Woran es liegt. Dass das stellenweise rotes Holz wird. Und dann stellenweise braunes Holz. Das ist mir zu hoch. Aber gut. Ähm. Ja. Dann würde ich aber jetzt auch da oben am besten nichts hinsetzen. Oder? Weil das wird dann wahrscheinlich auch wieder Rotholz. Oder? Ich vermute es mal. Ach komm. Das probiere ich jetzt. Ja. Leider wird es wieder Rotholz. Und außerdem. Schaut die Wand hier oben raus. Auch nicht gerade im Sinne des Erfinders. Da brauche ich andere Elemente. Okay. Und jetzt stecke ich hier auch noch fest. Oder wie? Ne. Geht zum Glück noch. Dass ich da rauskomme. Ja. Was brauche ich denn da jetzt? Wahrscheinlich so schräge Elemente. Schräge Elemente. Ähm. Schräge Giebelwand aus Holz. Die müsste es eigentlich sein. Weil eine andere schräge Wand sehe ich hier nicht. Schräge Eckdecke aus Holz. Eckwand. Eckfundament. Eckhalbwand. Ne. Ich glaube das müsste dann eigentlich schon. Das müsste eigentlich schon die hier sein. Äh. Nicht Kunst. Normal wollen wir sie natürlich erstellen. Weil. Die künstlerischen Fähigkeiten von mir. Halten sich ein Grenzen. Okay. Aber das passt nicht. Das passt nicht. Vom Element. Von der Schräge her nicht. Die ist viel steiler als die eigentliche Holzdecke. Da habe ich Schmarrn gemacht. Aber ein anderes Element. Gibt es doch hier gar nicht. Oder das hier höchstens. Aber das wird mir nichts bringen. Ich baue es jetzt zwar trotzdem mal. Weil mehr schief gehen kann es nicht. Ne. Das stimmt ja noch weniger. Also das bringt mir nichts. Ne. Das bringt mir nichts. Ja. Puh. Gute Frage. Nächste Frage. Was ich dann da. Für eine Schräge brauche. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber gut. Das werden wir sicherlich noch herausfinden. In der nächsten Folge von Card Live. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut bis dahin. Servus. chirurgisch. J 언제. Was wirklich15. FEL Unbi. Worst.